Hat jemand ein Handtuch mit? Warte mal, gerade nicht, ey. Gerade schlecht. Jetzt ist es doch. Warte, du hast die Warte. Wirklich? Äh. Gut garten jetzt. Worauf? Du musst dich mal ranziehen. Nein, mach das nicht. Nee, warte, Razzino nicht. Geht nicht mit den Razzino aus. Warte auf mich, ich fall sonst runter. Was? Nee, geht nicht. Hallo? Ähm. Ey, du musst... Oh. Hey, wey. Krap.